Und weiter geht's. Ein neuer Versuch in den Deutschen hinabzusteigen, der leider viel zu sehr ruckelt. Ja, und da unterbricht die Musik auch schon, weil es ruckelt. Es ist nicht mehr lustig. Ich werde das Ding irgendwann von einem Zeppelin aus bombardieren. Monster Spawner für Creeper TNT und dann wird alles in die Luft gejagt. Ach, was ist denn hier? Warum existieren die Spawner hier nicht mehr? Ah, okay, alles ist nach unten gerutscht. Sehr gut. Äpfel, eine Karte von Region 0, ein paar Eisenschwerter, alles relativer Quatsch. Alles relativer Quatsch. Komm schon, was gibt's denn hier noch? Ach, ich bin gerade mal auf hohem Level. Ist doch nicht wahr. Ich muss hier erstmal die Löcher schließen. Was natürlich auch wieder unheimlich viel Spaß macht mit Zeubern pro Sekunde. Aber hey, dazu bin ich ja da. Joa, klar. Direkt über mir. Ich hab da nicht im geringsten hier gezählt. Aber egal. Da hab ich gezählt. Ich will diesen Regen nicht sehen und den Effekt davon auch nicht. Das sind Partikel ohne Ende. Das ist jetzt ein sehr beschissenes Timing. Ja, aber kriegt es nicht auf die Reihe, die ganzen Partikel zu berechnen, ohne dass es nur die Hälfte der Bilder pro Sekunde gibt. Das ist unmöglich. Einfach unmöglich. Das sind nicht so viele Partikel. Okay, wie man sieht, so mein TNT hat sich ordentlich unten runter gesprengt. Und da sind noch ein paar Spawner, aber das ist halb so gut. Das kriege ich in den Griff. Und das TNT ist ganz schön kostbar und es geht mir auch ziemlich schnell aus mit dieser Methode. Aber es ist die einzige Methode, wie ich hier schnell runterkomme, ohne dauernd zu sterben. Und es ruckelt mal wieder ohne Ende. Und der Sound ruckelt, das ist mein sehr schlechtes Zeichen. Ja, die Treppe hier fehlt auch ein bisschen. Wow. Der Rang ist schon geil. Aber hammerhart. Er würde nur mehr Spaß machen mit 10 Bildern pro Sekunde als mit 3 Bildern pro Sekunde. 3 Bilder sind unspielbar. Also würden Sie bitte mit diesem Regenunsinn aufführen. Und da ist auch schon der Dungeon unter diesem Dungeon zu erkennen. Mann. Nee. Ein Bild pro Sekunde. Ruckelorgie. Ich höre eine Kuh. Wo zum Henker ist hier eine Kuh? Ich verstehe dieses Spiel nicht mehr. Was denkt es sich dabei, so viel zu ruckeln? Ich sehe nichts Besonderes. Ich höre eine Kuh, es regnet und der Regen ist tödlich für meine Performance. Der Regen an sich ist harmlos, aber er gibt mir gerade den Rest. Oh, hier ist ein schöner Seitengang. Hier war ich auch schon mal. Ich habe eine Kuh. Das Wasser ist so viel before. Das Wasser fällt mir immer wieder hin. Ich höre wiederen. Ich halte das Wasser. Das Wasser hat mir heute nicht mehr gesehen. Ist es so gut? Ich hatte gerade noch ein paar Hände. Das war einmal ein Jahr mit der Hände. Ich hatte mir das ganz gut. Ich habe schon mal sehr viel Zeit. Mach den Regen aus. Ich kann nicht mehr mit dem Kack hier. Wow, 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 wow. Nein, nein, nein. Ich habe eine Unterwasserquelle angegraben. Wunderbar. Unfassbar, unfassbar, einfach unfassbar. Geh weg und bleibt da. Ich starte den ganzen Kack nochmal neu, ohne Wettereffekte. Danke.